Nach einem verbreitet über 30 Grad heißen und im Westen zunehmend schwülen Freitag lassen Blitz und Donner nicht lange auf sich warten. Am Nachmittag und Abend bilden sich über Schwarzwald, Schwäbicheralp und Alpen bereits erste Hitzegewitter. Lokal sind dabei anhaltender Starkregen und großer Hagel möglich. Am Abend und in der Nacht zu Samstag kann es zwischen Saarland und Nordsee dann zu einzelnen sehr kräftigen Gewittern kommen. Neben Starkregen, Hagel und Sturmböen ist selbst die Bildung einzelner Tornados nicht ausgeschlossen. Am Samstag kracht es nach anfänglicher Wetterberuhigung im Tagesverlauf in der Südosthälfte des Landes dann kräftig. Lokal ist dort sehr starker Regen und Hagel möglich. Am Sonntag beruhigt sich das Wetter nördlich des Mainz wieder, während sich im Süden in dampfiger Luft weitere Gewitter bilden können. Auch zu Beginn der neuen Woche ist südlich der Donau mit einzelnen kräftigen Gewittergüssen zu rechnen. Im Wetter-Ticker auf wetteronline.de halten wir Sie über die aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden.